Herzlich willkommen bei den Möbelmachern in Untergrumbach, direkt neben Herrsbrück im Nürnberger Land, zum Nusshauter 145. Manche unserer Kunden können hier bereits ihre Küche entdecken. Im April sägen wir diese Stämme. Wer uns dabei helfen will beim Stapeln, ist herzlich willkommen. Heute wollen wir Sie zu Ute Danzers Vortrag Die neue Rückenschule am Tag der Rückengesundheit, dem Donnerstag, 15. März um 19 Uhr einladen. Es geht um wichtige Tipps für den gesunden Rücken, weil es vieles gibt, was Sie selbst, aber auch einiges, was wir für Sie tun können. Nach einem Ferngespräch nach Berlin ist zum Festhalten der gerade entwickelten Küchenidee ganz schnell eine Zeichnung, die wir Skribbel nennen, entstanden. Die Besonderheit unserer Massivholzküchen ist nicht zuletzt, dass man sie auch nach 10 oder 20 Jahren wieder mit Geräten modernisieren, umbauen oder einfach nur nachüllen kann und sich dann erneut über die gute Entscheidung von damals freut. Freuen würden wir und die Inhaberin dieses beeindruckenden Glasregals uns auch, wenn dieses besondere Möbel aus dem Jahr 1997 einen schönen neuen Platz finden würde. Rufen Sie uns einfach an, wenn Sie Interesse daran haben. Das wunderbar flexible Jorisofa Tigra ist in der Aktion noch bis Jahresende und natürlich bauen wir Ihnen auch tolle Wohnzimmer drumherum aus dem Massivholz der Ersbrücker Alb. Das Magazin der Nürnberg-Messe hat einen sehr einfühlsamen Artikel über unsere Arbeit rund um Regionalität, Individualität und Qualität veröffentlicht und in der wissenschaftlichen Reihe über CSR-Management ist ein 30-seitiger Artikel über die gesellschaftliche Verantwortung bei den Möbelmachern neben Artikeln über Miele, Stihl und Osram entschieden. Besuchen Sie uns unter Grumbach, wann immer Sie Zeit haben. Sie sind herzlich willkommen. Bis bald.